Hallo, mein Name aus Club Cali, alias aus Oni Cosplay. Ich präsentiere Lady Barbarian aus Diablo 3. Ich gebe es so, aber das ist schon seit 7, 8 Jahren Cosplay. Der nächste war ein Naruto. Klassik. Und dann ist der Oni, von dem ich meine Nummer gekriegt habe. Und ja, Lohen ist halt Lady Barbarian gemacht. Und aus dem Material hier ein Vorblatt, das ist ein Thermoplast. Aus Karton und Bauschaum gemacht. Die verschiedenen Stifter, darin auch Fake Leder und auch Falschpelz. Dann sind halt noch Ketten drin und eine ganze Kuppe andere Sachen. Das sind seit letzten August an Gamescom. Es ist drunter, das ist so ein 6-Main-Blocker. Luxcom gefällt mir das Jahr ganz gut. Es sind viele Leute da, viele neue Gesichter, viele Ahler auch. Ein ganzer Kuppe, also auf jeden Fall, mehr groß gehen wie letztes Jahr. Die Organisatoren, ich denke, die auch noch einen guten Schritt noch viel gemacht, wie die vom letzten Jahr, weil da waren ein paar Sachen halt auch ein bisschen schief gegangen. Aber doch, am größten Ganzen gefällt mir das ganz gut. Geeks live, Luxemburg! Geeks! 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 Geeks!